Die Princess of Wales hat Fans während der Weihnachtszeit mit ihrer jährlichen Tradition, ein Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey zu veranstalten, unterhalten, und dieses Jahr bildet da keine Ausnahme. Es wurde bestätigt, dass das Weihnachtskonzert von Cathy in diesem Jahr zum dritten Mal stattfinden wird, mit der Prinzessin als Gastgeberin am 8. Dezember. Das Konzert wird denjenigen gewidmet sein, die daran arbeiten, Babys, Kleinkinder und Familien im ganzen Vereinigten Königreich zu unterstützen, und gleichzeitig die Bedeutung der Geburt eines neuen Babys feiern. Die Veranstaltung in diesem Jahr wird auch mit der Shaping-Ass-Kampagne der Prinzessin verknüpft sein, die im Januar 2023 gestartet wurde und die Hoffnung auf neues Leben präsentieren wird und warum es so wichtig ist, unterstützende und förderende Worte um Kinder und die Erwachsenen in ihrem Leben zu bauen. Das Konzert zielt darauf ab, alle anzusprechen, und der Westminster Chor wird einige der beliebtesten Weihnachtslieder des Landes singen. Es wird auch Gastbeiträge von Künstlern wie Adam Lambert, Beverly Knight, Jakob Kier, Frau Reidings und James B. geben. Lord Lieutenant aus dem ganzen Land haben inspirierende Mitglieder der Öffentlichkeit, darunter Hebammen, Gesundheitsbesucher, Fachkräfte der frühkindlichen Bildung, Kindergartenlehrer und Gemeindehelfer, für die Teilnahme am Publikum sowie Mitglieder der königlichen Familie nominiert. DS-amerikanische Singer-Songreiter und Schauspieler Adam Lambert hat seine Aufregung ausgedrückt, als er bekannt gab, dass er am 8. Dezember am Weihnachtskonzert von Katharine, der Princess of Wales, teilnehmen wird. Als Reaktion auf die Ankündigung von Kate Middleton auf X, ehemals Twitter, twitterte der Sänger von Belief, Ich bin so stolz darauf, Teil des Weihnachtskonzerts 2023 der Princess of Wales mit Early Childhood am 8. Dezember zu sein. Vielen Dank, dass du mich dabei hast, Kensington Royle. Adam war großartig bei der Party im Palast zum Platin-Jubiläum der Königin. Harry, seine Frau und Kinder erschienen gnädigerweise nicht. Man kann sehen, wie Katharine zu Don't Stop Me Now mitgeht, während die verstorbene Queen die Gruppe tatsächlich einführt, indem sie und Paddington den Beat von We Will Rock You mit ihren Telefon auf königlichen Tätersen spielen. Adam Lambert ist in Großbritannien aufgrund seiner Tour mit Queen in der Vergangenheit sehr beliebt. Er pflegte Meghan Markle wegen unhöflichen Verhaltens zu kritisieren. Adam, der in Los Angeles, Kalifornien, lebt, erlebte, wie Meghan Paparazzi in eine Veranstaltung in Los Angeles zog, bei der es sich um einen Eindringling handelte. Es handelte sich um eine private Veranstaltung, bei der die Teilnehmer Kameras vermeiden wollten. wird Bilder von einem Ausflug veröffentlichen, bei dem sie in Flip-Flops und einem Schlauch-Oberteil zu einem Costco geht, um die Aufmerksamkeit vom Weihnachtsereignis abzulenken. Dies wird das Paparazzi-Shooting sein, das die königliche Familie endlich erledigt. Es ist einfach so lustig, wenn sie das tut, wegen ihrer Verzweiflung. Katharine bekommt immer noch die Titelseite von People und wird für ihre Arbeit als schön gelobt. Fotos, die gestellte Paparazzi-Aufnahmen zeigen, nehmen einen kleinen Platz auf Seite 40 eines zufälligen Klatschplatzes ein. Die Together at Christmas Carol-Veranstaltung wird von ITV produziert, daher haben sie an Mitspracherecht. Sie könnten versuchen, auf den US-Markt zu verkaufen, und wenn das Konzert der Princess of Wales in den USA ausgestrahlt wird, kann das nicht verhindert werden.